Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lager und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar durch die ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute wollen wir uns ein Achievement beim Klettern angucken. Und zwar haben wir dann hier der Gentleman Elementar. Und was wir uns dafür machen, erhaltet während der Kletterweltquest 30 mal Unterstützung von Rupert, dem Gentleman Elementar. Und ja, was brauchen wir dafür alles? Wir brauchen als allererstes eine von diesen Kletterweltquests. Und dass ihr die freischalten könnt, müsst ihr, klar, einmal die Kampagne komplett in allen Gebieten durchspielen, dass ihr am Ende die Weltquest freischaltet und ihr braucht dann noch eine Rufbelohnung. Und zwar müsst ihr auf Renown 6 kommen, um dann die Kletterweltquest freizuschalten. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr bei der Drachenschuppenexpedition, ist das übrigens mit dem Renown, im Lager hier unten, werdet ihr hingeschickt und könnt an so einem kleinen Skillbaum was skillen. Und den können wir uns auch portabel mitnehmen. Und zwar habe ich den hier schon einmal im Inventar. So sieht das Ding dann aus. Und dann brauchen wir quasi hier in der zweiten Reihe das dritte. Und das ist zwar Ruperts helfende Hand. Und wenn ihr das geskillt habt, habt ihr bei den Kletterweltquests nochmal einen extra Action Button. Und das wollen wir uns jetzt einmal angucken. Wenn wir dann hier ein bisschen hochklettern, haben wir neben den Schuhen und dem Freundschaftssystem auch die helfende Hand. Und das Ganze hat eine Minute Abklingzeit. Wir müssen hier quasi einfach ein bisschen hochklettern. Und dann, seht ihr, haben wir hier diese Hand. Und die können wir dann aktivieren. Und dann können wir sie auch benutzen. Und wenn ihr das 30 Mal macht, kriegt ihr das Achievement. Ich habe das jetzt gespammt, indem ich einfach die Kletterwand immer und immer wieder hochgeklettert bin in derselben Worldquest. Und immer eine Minute gewartet habe, bis dementsprechend das Ding wieder ready ist. Ich habe auch schon zu ein paar anderen Achievements hier bei den Kletterwänden Videos gemacht. Könnt ihr gerne auch reingucken. Und ja, damit sind wir eigentlich schon am Ende von dem kleinen Achievement Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.